Okay, also, du bist schön, von dir mache ich mal ein Foto. Und von dir auch. Die werden begeistert von dir sein. Ja, die beiden da hinten hebe ich mir noch für später auf. Hey, ja, von den beiden kann man noch gute Bilder machen. Aber ich müsste ein wenig näher ran. Ich gehe einfach über den Zaun hier. Bisschen höher als gedacht. Aua! Na ja, nix passiert, ist ja ein weicher Untergrund. Warte mal, ist das da vorne die Zoe? Hey, hey Zoe, was machst du da? Ähm, Valeria, ich habe mit dir gar nicht gerechnet. Ja, das gleiche könnte ich zu dir auch sagen. Ich habe mit dir auch nicht gerechnet. Was machst du hier? Und wieso fotografierst du unsere Pferde? Ähm, ich, ich... Das soll deine Überraschung werden, weißt du? Äh, ich bin Hobbyfotografin und ich kann das danach voll gut bearbeiten, dass das richtig, richtig schön aussieht, weißt du? Ich kann dann, äh, so Hintergründe machen. Wenn du willst, kannst du mir sagen, welchen Hintergrund du möchtest. So Märchenwald oder sowas. Äh, ja, sorry, sollte alles eine Überraschung werden. Oh, ach so, na dann. Ja, dann bin ich mal gespannt auf das Ergebnis. Aber Zoe, eigentlich hättest du mich fragen müssen. Ich meine, du kannst nicht einfach so zu fremden Pferden reingehen. Das macht man nicht. Oh, sorry, ja, stimmt. Aber hätte ich dich gefragt, wäre das Ganze, äh, keine Überraschung mehr gewesen. Ja, das stimmt auch wieder. Hä, was macht denn Zoe da vorne? Hey, Valeria. Und hallo Zoe, was machst du denn hier? Hi, Anna. Sie macht Fotos von unseren Pferden. Okay, cool, aber das kann ich auch alleine machen. Nein, du verstehst nicht. Sie ist Hobbyfotografin und kann die Fotos ganz, ganz toll bearbeiten, hat sie mir gesagt. Okay, wenn das so ist. Naja, ich wollte jedenfalls fragen, ob du mit mir auf den Reitplatz gehen möchtest. Ja, klar, gerne. Zoe, möchtest du dann auch mitkommen? Nee, nee, ich hab noch eine Menge zu erledigen. Oh, okay, nicht schlimm. Puh, das war knapp. Naja, aber dass sie mir weiter glauben, muss ich jetzt wohl zwei Bilder von den beiden bearbeiten. Gar kein Bock. Naja, hätte auch schlimmer laufen können. Ach, endlich, der Anruf. Auf den hab ich schon eine Weile gewartet. Hallo. Ja, hallo, Laura. Ich hoffe, du hast die Bilder. Ja, sie sind alle auf meiner Kamera. Ich komme dann später vorbei. Super, da freue ich mich schon drauf. Und bitte vergiss nicht. Kein Wort über unsere Geschäfte, ja? Nein, auf keinen Fall. Das bleibt mein Geheimnis. Gut, gut, Laura. Ich wollte nur sicher gehen. Dann auf Wiederhören und bis später. Oh Mann, ich hoffe, niemand bekommt irgendwie Wind von der Sache. Wind von welcher Sache? Ich hab dein komisches Telefonat mit angehört. Wie, was? Welche Bilder hast du? Was spielst du für ein komisches Spiel? Du bist mir schon immer ein bisschen komisch aufgefallen. Ähm, ich... Und wieso stehst du hier so versteckt an der Ecke? Spuck's aus. Och Mensch, das sollte doch eine Überraschung werden. Ich plane eine Überraschungsparty. Und ich hab die Bilder für die Deko. Die besorgen wir nämlich heute. Jetzt hast du die Überraschung ruiniert. Danke. Ich hab mich extra hingestellt, damit es keiner mitbekommt. Oh nein, sorry. Ähm, für wen ist denn die Überraschungsparty? Na, für euch drei. Ich wollte unsere neue Freundschaft feiern. Und mich dafür bedanken, dass ihr mich so nett aufgenommen habt hier. Oh, ach so. Tut mir leid. Ja, dann geh ich jetzt einfach weiter, als hätte ich nichts gehört. Na super. Jetzt muss ich irgendwann noch eine Überraschungsparty schmeißen und Bilder von diesen zwei Pferden bearbeiten. Ich mach mir immer mehr Arbeit, als ich muss. Hey, Vivian. Oh, hey Anna. Hallo Valeria. Wir sind auf dem Weg zum Reitplatz. Möchtest du mitkommen? Also eigentlich... Ach, komm schon. Na ja, ich wollte heute eigentlich ausreiten gehen. Aber wenn ihr alle auf den Reitplatz geht, komm ich halt auch mit. Ihr habt doch vorhin mit Zoe geredet, oder? Ähm, wollte sie nicht mit auf den Reitplatz? Habt ihr sie gefragt? Ja, haben wir. Aber sie hat gesagt, sie hat noch alle Hände voll zu tun. Muss wohl ein großes Projekt sein, was sie vorhat. Oh, ja, ja, sicherlich. Du weißt doch nicht zufällig was, oder? Nee, nee, keine Ahnung. Hey, Zoe. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Guten Morgen, Zoe. Ich wollte fragen, wie es dir und Amigo jetzt geht. Ja, mir geht's gut und... Amigo? Äh, ja, dein Pferd? Ach so, ach so. Ja, ja, dem geht's blendend. Ich wollte fragen, ob du vielleicht Lust hast, einen Ausritt zu machen. Einen Ausritt? Uh, ganz schlecht. Oh, schade. Hast du keine Zeit? Nee, ich muss eigentlich noch was ziemlich Wichtiges erledigen. Oh, schade. Ich wollte eigentlich in Richtung Alte Hütte reiten, im Wald. Äh, Richtung Alte Hütte sagst du? Ja, genau, das hab ich gesagt. Ich war da schon echt lange nicht mehr. Wahrscheinlich zuletzt vor zwei Jahren. Wird mal wieder Zeit. Äh, also, ich, äh, wenn ich mir so richtig überlege, ich komm mit dir mit ausreiten, ja? Aber wir reiten Richtung Bach. Das find ich viel, viel schöner. Und Amigo kennt den Weg total gut. Okay, gut, dann machen wir's so. Dann geh ich jetzt Mayflower richten. Na super, und jetzt muss ich noch auf einen Ausritt gehen, äh. Hm, wieso wollte sie denn nicht Richtung zur alten Mühle? Na ja, wahrscheinlich fühlt sie sich einfach sicherer, wenn wir den Weg reiten, den sie schon kennt. Beziehungsweise den ihr Pferd schon kennt. Kann ich verstehen. Okay, umgezogen und fertig. Zoe, bist du dann auch soweit? Ja, bin gleich fertig. Och Mann, wo ist die denn? Hab ich die mitgenommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr finden. Oh, hey, da vorne liegt ja eine. Ja, die müsste von der Größe her passen. Okay, gut, und bitte sei brav, Pferd. Ich bin noch nie auf die geritten, aber er hat gesagt, dass du ein gutes Pferd bist. Und auch brav und so. Ich hoffe, das stimmt. Okay, dann komm. Warte mal, sind das da vorne nicht Vanessa und Zoe? Ja, sieht so aus, als würden sie einen Ausritt machen. Komisch. Ich dachte, Zoe hat gar keine Zeit. Hey, Florida, meine Hübsche. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich möchte heute nämlich ein bisschen Springtraining machen. Noch kannst du entspannen. Ich hol erst mal dein Halft und dann wirst du geputzt. Warte mal. Wo ist denn dieser Amigo? Hm, vielleicht sind sie ausreiten gegangen. Okay. Oder sie sind auf dem Reitplatz. Keine Ahnung, werde ich dann schon später erfahren. Dann putze ich dich jetzt erst mal. Das sollte gar nicht so lange dauern, weil du bist wie immer richtig, richtig sauber. Hey, Antonia, hast du zufälligerweise meine Decke gesehen? Nee, ich bin heute auch noch gar nicht an einem Pferd vorbeigelaufen. Keine Ahnung. Och Mann, weißt du, es ist richtig komisch. Ich hab schon überall gesucht, aber nirgendwo ist eine Spur von der Decke. Hm, das ist echt seltsam. Sophia, Antonia, meine zwei Halfter sind weg. Was? Das wird ja immer schlimmer. Erst Sophias Decke und jetzt deine Halfter? Naja, bei mir ist auf jeden Fall noch alles da. Das ist die Hauptsache. Aber für euch tut's mir natürlich richtig, richtig leid. Na ja, also ich bin vorhin zur Box von Shakira gelaufen, weil ich sie noch füttern musste, weil ich das der Besitzerin versprochen habe. Und na ja, da lag ne Sache, die dir gehört, nicht mehr an seinem Fleck. Ich dachte, du hast sie schon mitgenommen, aber wie ich sehe, ist keine Spur von deiner Trense. Warte, was? Meine Trense? Quatsch, Quatsch, Quatsch. Die müsste da liegen, da, wo sie eigentlich immer liegt, oder? Hä? Das gibt's doch jetzt nicht. Wo ist meine Trense? Ich hab's dir gesagt, sie ist nicht da. Ist heute 1. April? Spielt ihr mir irgendwelche Streiche, oder was ist hier los? Nee, nee, nee. Ich glaube eher, wir haben hier einen Dieb am Stall. Hm, einen Dieb am Stall. Das kann nur diese Neue sein. Diese, wie heißt sie noch gleich? Diese Zoe, genau, die war das. Na ja, hast du Beweise? Na ja, sie ist neu und ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist Beweis genug. Oh, wenn die wieder da ist, ich werd die mir vorknöpfen. Das war echt ein toller Ausritt, Zoe. Können wir gerne noch einmal machen? Na, gerne. Ja, mir hat es auch gut gefallen. Und in erster Linie bin ich natürlich froh, dass Amigo so toll mitgemacht hat. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich dachte, dass du irgendwie komisch wärst. Du bist ganz in Ordnung. Ja, ja, schon vergessen. Finde ich gut, dass du dich bei mir entschuldigt hast. Ich dachte nämlich irgendwie, dass du mich überhaupt nicht leiden kannst, weißt du? Ja, ja, aber das ist ja jetzt Schnee von gestern. Also, wann sieht man dich morgen so am Stall? Puh, das weiß ich noch nicht. Aber vielleicht sehen wir uns ja. Ja, wie du weißt, bin ich immer richtig früh morgens hier. Ja, okay, dann merk ich mir das. Hey, du, 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 Neue! Wieso klaust du meine... Äh, das ist gar nicht meine Trense. Äh, ja, natürlich ist das nicht deine Trense, weil das ist meine, die gehört mir. Okay, okay, sorry, aber eine Sache musst du mir erklären, das ist ja eine Modesünde. Der Trenszaum hat ja eine komplett andere Farbe als der Sattel. Das ist ja total hässlich. Bäh, aber okay, ist nicht meine, also kümmert's mich nicht weiter. Tschüss, Frau Modeunfall. Ja, tschüss, Mädel, dessen Namen ich vergessen habe. So, und da hängt sie jetzt wieder. Ein Glück, dass das keiner bemerkt hat. Sonst wäre ich jetzt ziemlich gearrscht gewesen. Aber Leute, wenn sie nicht der Dieb ist, dann bleibt die einzige Frage, wer ist es dann? Und wie viel wird der Dieb noch klauen? Um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst, aber wir werden das Mysterium schon lösen, ganz ehrlich. Ach so, Mädels, und wenn wir jetzt hier noch länger quatschen, ähm, ich muss los. Ich möchte mir eine neue Trense holen. Das Pferdesportgeschäft hat nur bis um 13 Uhr auf. Tschüss. Äh, und was ist mit deinem Pferd? Äh, Sophia, stell das zurück in die Box. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020